Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Let's play Total War Attila mit mir, Fighting Joe und den mächtigen Westgoten. Ich baue hier in dieser Runde nochmal die Weiden aus und dann beenden wir den Sommer des Jahres 414 nach Christus, in dem wir gerade einen sehr langen Teil des letzten Parts mit, ähm, ich möchte nicht nichts tun sagen, sondern mit, ähm, mit, äh, Kunden des Spiels für euch, äh, verbracht haben. Ich würde sagen, die Sachsen schnuppern gerade, oder, ah, schnuppern gerade ein wenig, äh, das Risiko, äh, dass hier gerade drei gotische Fast-Full-Sticks, zwei Gotische-Full-Sticks, einen 18-Stack, äh, sich hier gerade warmlaufen bei Vienna und Avaricum. Ähm, was machen die Caledonian? Ja, die Chillen, Entschuldigung, die Chillen, da. Burgunder, Rugia, Makumann, bla 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 bla. Was passiert jetzt noch? Gar nichts, denn alle für mich interessanten Nationen haben eigentlich schon, oder Fraktionen haben eigentlich schon gezogen. Ähm, Adropathäne, Partien, Ägypten. Ja, die oströmischen Separatisten verfolge ich ja mit einer gewissen, mit einem gewissen Interesse. Ich finde es hochinteressant, wie die... Oh, sehr schön. Startsangelegenheit. Äh, hatten wir das nicht schon? Äh, was ist denn jetzt los? Tulga! Ja, ich bin dafür, wie er... Ähm... Ja, ich meine... Ist ja nur betrunken im Dienst. Auf der anderen Seite... Keine Ahnung. Peitschen aus. Und ich bin dafür, dass Theodorich mal ein Kind kriegt. Und Wamba mal älter wird. Ähm... Ich weiß, das geht nicht schneller, nur weil ich mir das wünsche, aber... Äh, es hilft. Du baust mir hier nochmal zwei von der Sorte. Ha, 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 ha. So. Spanien. Der Ruf eures Volkes eilt euch voraus. Ihr seid hier wild. Sehr schön. Militärisches Bündnis. Aber nur, wenn ihr mir 300 gebt. Und ich trete eurem Krieg bei gegen die... Sachsen. Und zahle euch... 1000 Euro. Okay, das ist nicht... Ja, dann würde ich sagen... Nö. Ähm... 600... Ist hoch. 800... Ist hoch. 1000 Euro. Wollt ihr mir wirklich einen 1000 Euro dafür? Bäm... Die geben mir den 1000 Euro dafür, dass ich... Die Sachsenangreifung... Oh, die haben aber schon verdammt gute Garnisonen. Machen wir mal eine ausgewogene Stellung. Ähm... Ja, ein entscheidender Sieg. Ähm... Klünder und besetzt mal. Ähm... Ne, Vienna. So. Ähm... Achso, das ist Vienna. Das kostet wahrscheinlich verdammt viel zu reparieren. Ja... Was haben wir hier? Eine Feste des Stammes des Kriegers. Oh... Das kostet zwar viel, aber die müssen wir reparieren. Knochenwerker, bla... Und... Haus des Stammesführers. Ne. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Tröge. Wir brauchen Tröge. Und alles, was sie hier anscheinend hat, sind... Ähm... Diese Seidlung. Alles, was sie anscheinend hat, sind ein paar... Äh... Agenten. Und wir... zeigen uns jetzt hier mal ganz, ganz groß... Meine Avaricum ist eh... Oh, die haben die Ortschaften immer schon so richtig gut ausgebaut. Halle des Stammesführers. Hm... Gefällt mir. Germanischer Hinkelstein gefällt mir nicht. Fraturkosten. Ja... Das war doch gut. Also... War, finde ich, ein erster Zug in dieser... In diesem Konflikt. Den man mal so machen kann. Ne? Jetzt gehört uns vor allem die Nabonensis-Guns. Und wenn wir mal in die Siegbedingungen schauen... Also in die generellen... Na, wir kommen langsam ran. Wir brauchen noch 10. Das geht allerdings. Das hier... Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das haben wir aber auch gleich. Also den kleinen Sieg kriegen wir schon. Beim militärischen Sieg... Äh... Das sind die 60 Provinzen. Und das wird halt schwer. Ähm... Warum zählt Aquitania... Als nicht voll besetzt? Ich halte alles in Aquitania, was es gibt. Die KI will mich... Also das Spiel will mich jetzt hier bitte aber nicht zwingen. Irgendwelche Siedlungen... Auszudingsen. Glücklicherweise ist das hier die Nabonensis. Die müssen wir jetzt aber auch verteidigen. Äh... Gegen... Etwa hier... Gegen Stöße. Okay. Das ist gut, dass du hier stehst. Äh... Stecken sich eigentlich die Effekte von den... Priesterinnen. Ich bin ein Diener des Allmächtigen Herrn. Ich bin eine Blume mit des Allmächtigen Herrn. Ähm... Sag ich jetzt mal nichts zu... Äh... Das ist ein Brunnen, ne? Dann bauen wir mal Tröge. Tröge, Tröge. Ja, dann bauen wir Tröge. Machen 3000 jetzt die Runde. Wir haben natürlich auch eine Goldsiedlung eingenommen. Und wenn wir die gleich auch noch repariert haben, wird die noch viel mehr abwerfen. Ähm... Oh, Jena ist... Also gut. Nabonensis ist inzwischen sehr schön christlich. Und Theodorich hat noch einen Upgrade gekriegt. Super! Rabe und Brichter sind ganz wichtig. Dann wird der doppelte Hirsch fällig. Äh... Ja, alles gut soweit. Ich würde sagen, da haben wir doch mal gleich einen schönen ersten Schlag gelandet. Es tut mir echt übrigens nochmal generell leid, dass ich wenig Schlachten zeige. Aber... Ah, es kommt ja nicht zu so vielen Schlachten. Ähm... Schlachten, so Angriffsschlachten selber zu schlagen, ist meiner Meinung nach... Äh... Ein unnötiges Risiko. Da verliert man immer mehr, als wenn man das automatisch macht. Und... Äh... Ja, bist du mal fertig, Alter. Und ansonsten... Ne, die Vandalen, die wollte ich ja immer wieder zu einer Schlacht stellen. Aber die haben sich ja... Sehr gekonnt geweigert. Und jetzt kommen hier aber hunderte Agenten. Das erinnert doch an das gute alte Raum 2. Äh... Muss ich gleich mal meinen eigenen Agenten ranziehen. Sonst noch was? Okay, das klappt wenigstens nicht. Oh, der hat Pumpa Elo eingenommen. Alaric, hast du nicht mal Lust, nach Süden zu marschieren? Ja... Ja... Das ist das Problem. Wir führen quasi automatisch den Zwei-Fronten-Krieg gegen die Jungs. Weil... Sie halt eben zu beiden Seiten von uns stehen. Darum möchte ich eben halt auch im Norden... Äh... Ruhe schaffen. Darum wirst du dich auch aus... Vienna in ein, zwei Runden wieder verziehen. Oh... Was machen denn die Quadden da? Die... Die laufen auch die ganze Zeit rum und... Machen nur Schere rein. Himja... Lachen... Ja, dass die Runden ziemlich lange dauern, das habe ich auch schon gemerkt. Aber... Hm... Ich könnte sie natürlich rausschneiden. Das wäre... Wäre jetzt die logische Konsequenz, aber... Das wäre ja halt auch die sinnvolle... Sache. Makedonien... Oh... Britannien... Darkien... Wir haben verdammt viele Feinde in der Welt. Das möchte ich auch nochmal sagen. Und... Oh... Spanier... Du Armer. Du hast voll einen auf den Deckel gekriegt von den Sachsen. Und Stimmigkeiten fordern. La... Betrunken im Dienst. Ja... Das ist doch gut. So möchte man das haben. Ähm... Du scoutest mir trotzdem nochmal eine Runde lang. Obenrum. Und... Die öffentliche Ordnung in der Varikum muss jetzt halt etwas leiden. Äh... Noch mal eine ausgewogene Kampfstellung. Keine Einheit ganz verloren. Super. Wir rauben die Siedlung aus. Und... Reißen sie wieder. Okay, das ist abgefahren, wie riesig das Gebiet ist. Alter Vater. Hier ist echt viel abgebrannt. Und... Ja... Du kommst in der nächsten Runde dann zurück nach Avarikum. Und wir reißen hier noch das heilige Gelände ab. Das... Äh... Ist nicht im Sinne des... Ava... Af... Af... Afinders. Oh, wir haben ja einen Bauplatz. Dann bauen wir hier mal... Äh... Skonten genommen muss hier einen Brunnen rein, ne. Auf der anderen Seite bringt der Brunnen ja auch Wachstum. Lass mit mir mal den Knochen schnitzern. Zumindest ein, zwei Runden lang Halle des Ältesten Bringt natürlich Forschungsrate drauf, ne? Das bringt die Traubenpresse aus Verarmung Mach nicht so viel Du bringst ziemlich viel Und ich würde dich ja fast ganz gerne zu einer Mädstube ausbauen Aber die 100 Nahrungen, die halten mich halt gerade davon ab Weil das sind auch 70 Nahrungen Aber es bringt halt auch 100 mehr Wohlstand durch Subsistenz Wobei da natürlich Der Schmarrn hier Kavalerie, der Gartingi, teifalische Kavalerie Steht gar nicht so umbereit, tragische Krieger Sie ist natürlich geil Aber Wir haben gerade 8000 auf dem Kasten, so Rom wird umgebaut Alles in Rom soll nicht mehr daran erinnern, dass das mal eine römische Stadt war Auch wenn ich die römische Kultur natürlich als Westgote traditionell gut finden muss Irgendwann hört die Liebe auch auf, ne? Wie kann ich euch helfen? Ja, die Kriegshungerigen erholen sich ein bisschen Adolf ist ja auch ein guter Mann Ist nämlich Adolf in der Armee, Theodrich steht hier oben Ja, da haben wir gerade in 10 Minuten gefühlt so viel geschafft Dass ich den Part die ganze Zeit beenden will Weil ich mir denke, hey Hala, ist bestimmt schon sehr viel Zeit vergangen Nein, ist gar nicht Ähm Aber Was wir tun müssen Muss getan werden Wir können uns das eh nicht leisten Dann Mal schieben wir erstmal nach hier Ich marschiere sehr gerne Äh, sehr ungerne Ins Ungewisse Ja, da steht doch ne Armee Aber die ist stark angeschlagen Die hier sind nicht so angeschlagen, aber Oder sind das Irgendeine vandalische Armee Die sich da Verkämpft hat Naja, das sagt Pitania, die nicht angreifen kann, ist klar Da komme ich wahrscheinlich diese Runde genau nicht dran oder so Ne Er fällt zurück Und damit können wir Pumpello Also Pamplona Spätere Pamplona Einnehmen Wir 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 setzen es mal nur friedlich Es ist trotzdem kaputt Weiß mal die Kolonia ab Weiß die Kavalleriekoppel ab Äh, das reparierst du mir mal Da bauen wir nächste Runde irgendwas Schönes rein Gibt es eigentlich Gibt es eigentlich Gibt es eigentlich Armen Also Armenviertel Keine Ahnung Furchtbare Schrecken Das gefällt mir doch sehr gut für ne Armee Nomadenjäger Krieger des Norns Ah, das sind schon Also es gibt schon geile Armeetraditionen auch Kann ich eigentlich meine Armeen Ja, ich kann ja meine Armeen umbenennen Aber die Giganten passt irgendwie so schön Äh, nicht Gebäudebrowser Ich mach mal was, was mir selber Hilft So, ist zwar nicht besonders Einfallsreich Hat er das jetzt gemacht? Nein, natürlich nicht Warum nicht? Ja, ich drücke schon wieder auf das Falsche Daaa, Hilfe Pam Okay Das zeigt den Ah, jetzt zeigt es auch hier an Sehr schön Äh, ja Das sieht doch alles gut aus Hier frankt ein paar Franken rum Oh, die haben ganz schön Ganz schön viel Infanterie Aber nichts dahinter Und Ja Der Winter Wintert so vor sich hin Und ich würde sagen Warten wir das Jahr 415 vor Christus ab Das wird glaube ich Ein entscheidendes Jahr In der Geschichte der Westgoten Nachdem 414 ein Ein unglaublich erfolgreiches Jahr war Das muss man jetzt echt mal sagen Wir haben gerade einen riesen Schritt In der Kampagne geschafft Ähm Ja Der Spion Die Spionin Wie viele Priester Haben die meine Fresse Ähm Also das muss man ja noch mal ganz kurz Äh Systemkritisch anmerken So viele Agenten kann ich mir mit mehr Imperium glaube ich gar nicht leisten Und die Sachsen haben ja echt nichts mehr Wir haben jetzt noch Tully Fordum Und äh Tarako Ich möchte bei Tarako gerade immer Frage Welche spanische heutige Stadt das ist Oh Nice Gib ihm in die Fresse Alter Ja Wenn so ein Typ ankommt So ein richtiger Fettsack Und sagt Ich mach dich platt Na dann musst du erst mal Voll dein Messer hin In In die Brust rammen Ja Das ist die emanzipierte Frau Von 414 Nach Christus Die hat sich auch Nichts Gefallen lassen Jeder der meint Dass Frauen Nur unterdrückt Und arm waren In der Zeit kann man das Ganz ganz schwer sagen Aber in der Zeit Ist das schwer vorstellbar Weil in Krisenzeiten Klare Bevorzugung Eines Geschlechtes Eigentlich eine Unglaubliche Nachteile Mit sich bringt Auf der anderen Seite Ist es natürlich so Gerade in so Kriegerischen Zeiten Ist natürlich ein Mann Dadurch dass er Hauptsächlich den Krieg führt Ähm Wichtig Aber es ist Beide Seiten wichtig Weil halt eben Gleichzeitig die Männer Die ganze Zeit weg sind Muss ja auch irgendwer Die restlichen Sachen regeln Und ich muss gerade mal sagen Irgendwie Ist dieser Klimawandel Jetzt extrem Bemerkbar Wenn man sich mal Großbritannien anschaut Das ist im Winter Komplett weiß Ähm Abgefahren Und es ist glaube ich Echt wichtig Dass wir anfangen Uns Ähm In wärmere Gefilde Zu verziehen Die Furchtbarkeit Da ist zwar nicht so hoch Aber die müsste Nicht so stark sinken Durch den Klimawandel Oder sinkt die Generell durch den Klimawandel Wobei Spanien im Winter Ist natürlich auch Ziemlich kalt Weil es so bergig ist Ähm Okay Ja Blablabla Das ist Logisch Das heißt Diese Runde Passiert da noch Nichts Hm Das ist die große Frage Was können wir alles Ausbauen Wir können die Feste Des Stammes Führers ausbauen So eine 5000 Kosten Würde natürlich auch Extrem viel bringen Vor allem Mehr öffentliche Ordnung Aber würde Fünf Runden dauern Erstmal müsste ich Hier irgendwas Hintflastern Da möchte ich Alter Das ist das geile Gebäude Das ist die Goldmine Quasi Ah Fuck Dann baue mir hier mal Eine lateinische Kirche Ja Und Poplona Ach Ist doch mal Das blöde Versammlungsfeld Ab Äh Ja Okay Hier sind aber noch Verdammt viele Sächsische Armeen Das muss man auch sagen Die darf man Nicht vergessen Toiletum Historica Oh Verdammt Aber hier unten Sind ja einfach mal Unglaublich viele Gebiete Also Geil Also da haben wir noch Was zu tun In Spanien Hast du kein Level Gekriegt Das ist schade Ja Die Wölfe Die Wölfe Haben gestern Abend Guten Fußball gespielt Falls es mich interessiert Obwohl ich Wolfsburg Generell nicht so mag Weil Hier in der Gegend Ähm Ich meine wir Wir sind ja relativ nah In Wolfsburg dran So ist es ja nicht Aber es gibt In letzter Zeit Wieder Es ist ähnlich Wie in der Saison Als die Meister geworden sind Wieder so viele Erfolgsfans Sonst finde ich mal Das finde ich immer Nicht so schön Egal in welchem Kontext Narbo Strotzt vor Gesundheit Wohlfila Wann wird Wamba Wachsen Wamba sieht schon so ein bisschen Ding sich aus Und ich muss sagen Adolf Ist echt Ein fruchtbarer Bursche Da ist er echt besser als der Und Ich krieg mal ein Kind Ich krieg das irgendwie So als Aktion Sammel mal Unterstützung Noch hast du so viel Macht Joa Ich würde sagen Jetzt haben wir schon So einen 20-minütigen Part Wir müssen schauen Dass wir irgendwie Das Geld zusammenkratzen Um hier E-Loser neu zu Besiedeln Hispania Seid willkommen Eure Worte werden auf ein Aufmerksames Publikum treffen Äh Ähm Westrum möchte ich jetzt eigentlich Gar keinen Frieden Fragen wir doch nochmal Die ganzen Ne Fragen wir doch nochmal Zum Beispiel Sagt uns eure Bedingungen Die Abdani nach einem Frieden Trag eure Anliegen gut uns Die Caledonia Trag eure Anliegen gut uns Okay die haben einfach alle Keinen Bock auf Frieden Wir haben inzwischen Eine ganze Ecke Finder Äh Britannia hatten wir ja gerade Septimanen Kommt und sprech Das Volk wird sich das Was ich höre Durch den Kopf gehen lassen Doch Aber wie lange Geistern die da jetzt rum Und verrecken nicht Obwohl sie eigentlich Verschleiß kriegen Wahrscheinlich ist es Jetzt endlich mit Prozentualem Verschleiß So geregelt Dass die Einheiten Nicht so schnell verschwinden Aber jetzt würde ich mir Das irgendwie gerne wünschen Ja die Scalvinia Essen den Italienern Die Nahrung weg Die immer noch Tolle Maes halten Und Ja die Die soeben haben Ein kleines Problem Aber sie haben Dafür auch den Vorteil Hier mit zwei Fullstecks Gerade Caralis Einnehmen zu wollen Und sie haben Palma Wie geil Die soeben haben Palma Palma ist offiziell Germanisch Also ich kenne den Ein oder anderen Der das wirklich Als eine positive Entwicklung sehen würde Wenn Palma mal wieder So richtig schön Germanisch würde Ja Ich würde es trotzdem sagen Ich mache hier mal Schluss für heute Ich mache auch glaube ich Jetzt mal Schluss mit dieser Aufnahmesession Darum ist jetzt Der Moment Anregungen und Kritik in die Kommentare Zu schreiben Weil ich jetzt vielleicht Wieder drauf reagieren kann Hier Jüten so ein bisschen Hier wüten die Jüten Quasi Und du Läufst mal Nach Tully Fordum Und Scout ist da Ich hatte nämlich das Gefühl Tully Fordum Macht nicht mehr so viel Was natürlich jetzt geil wäre Wenn die sich verhorden Ich habe schon Einen Grauen Davor Spanien einzunehmen Und Also ich bin momentan Sehr sehr stark dafür Wir spielen Erstmal So dass wir 425 den Sieg erringen Und dann spielen wir nochmal Je nachdem Also dann entscheiden wir Ob wir weiterspielen Oder nicht Aber das ist ja auch noch 10 Jahre hin Das werden noch genug Runden sein Das wird noch genug Videos sein Ich wünsche euch Bis dahin Alles Gute Und Ganz viel Spaß Beim Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Bye